Au! Ooooooooh! Von wo? Ach von hier! Kannst ja keinem erzählen, wa? Aufpassen da kommt wieder einer mit seinem scheiß Einsatzschild Durch! Gehst du jetzt von mir! Alter Vater, ey! Hier ist aber auch was los, wa? Junge, 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 Junge! Was ist das Hotel? Wo ist das Hotel? Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab! Wo geht die Party ab? Kann mal gucken, was die hier so schönes dabei hatten Nix! Frechheit! Was? Ja warte mal! Mal ganz kurz gucken, ob man hier irgendwas finden kann, ne? Wir muss ja... Man muss ja wenig schmuckuckuck, gell? Ich mein, mehr weiß schon, wenn man wieder herkomme Ein bisschen die Ecken ablaufen Ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt hier nicht mal irgendwann langsam wieder was finde Dann werde ich bis zum Ende des Spiels gar nix mehr von diesen Collectable Dingern finden Okay, von hier kamen wir vorhin, da liegt sowieso nix Was? Ich hab auch das Gefühl, sind die versteckter als im ersten Teil? Oder, ich glaub das ist eher das Ding, ich glaub die Areale sind einfach um einiges größer, ne? Kann dat? Die Areale sind viel größer als im ersten Teil Viel, viel größer So, ich komme Chloe Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch Geschafft Geschafft? Ja Vorsicht Mach mal runter da Komm schon hoch Oh Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus Äh, wie ist das bei Nintendo, wenn du auf deiner Konsole noch einen zweiten Nutzer erstellst und mit dem Nintendo Account verknüpfst Joker, ich grüß dich erstmal Äh, hat er auch das Online vom ersten Äh, Joker, du musst einen Familienaccount machen Also du kannst, äh Du kannst, äh, du kannst so ein Family Ding machen Und dann kannst du den quasi in dein Family mit reinnehmen, in dein Family Sharing Warum freuen die von Sporting sich so? Haben die die, haben die die Champions League gewonnen oder wat? Ok, ich muss nicht auf die Schilder springen Wirklich clever Danke Danke Nate, wat war das denn jetzt für ein Ding? Aha Schaffst dann auch Chloe? Brauchst du Hilfe? Ok Ok, ich bin drin Ok, hier liegen schon wieder so viele Waffen, das heißt hier geht's gleich rund Oder ist das ein neuer Eingang nach Rapture? Kann auch sein Ah, so ähnlich, da ist ein Big Daddy Nein Ja, genau Tequiu Warte, kommen sofort Hat er was dabei gehabt? Ok Okay... Okay, okay, okay. Gut, wir können gehen. Ich brauche Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Cool. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Toll. Ist ja wieder... ist ja wieder fantastisch. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist... Hä? Keine Ahnung. Hä? Oh... Oh, wie cool. Hä, voll nice. Voll nicht nice. Anspielung auf klassische Horrorspiele. Ah, okay, okay. Horrorfilme. Ah, okay, 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 okay. Ja, guck ich halt nie, ne? Guck ich halt nie. Okay, Pistol. Geil. So, müssen wir mal hochgehen da, ne? Müssen wir mal hochgehen. Spielst du das zum ersten Mal? Ich hab das damals, als ich noch Folgenbeschreibungen für Erik und Walle gemacht habe. Hatte ich das tatsächlich damals bei Saraza geguckt. Aber auch immer eher so beiläufig irgendwie nur. Und ich kann mich halt an gar nichts mehr erinnern. Tatsächlich. An überhaupt nichts mehr. Oh, wie fühlt sich das an? Ai, 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 ai. Cool. Alter, mit dem Kopf gegen die Gasflasche. Nice. Oh. Okay, wie viele Kopfschüsse möchtest du haben? Ja. Müssen wir hoch oder runter? Es geht auch runter, theoretisch. Oh, hier ist nix. Gibt's inzwischen schon... Es gibt insgesamt vier Teile und The Lost Legacy. Das ist ein Spin-off von dem Ganzen. Oh, oh, oh. Ähm, ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Not today, Salami. Not today. Warte mal, ganz kurz. Ganz kurz zwischendurch reingeworfen. Dennis, FCSP. Dankeschön für 10 Monate. Doktor Apfel. Dankeschön für 11 Monate. Nummer 130123 mal die 0. Dankeschön für 4 Monate. Buddy Joe. Buddy Joe, ich dank dir vielmals für 41 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und, ähm, Gerrit, ich grüße dich. Dankeschön, lieber Gerrit, für 32 Monate. Vielen, vielen Dank. Gerrit, ich dank dir. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So. Weiter geht der Lachs hier. Und wo kamen wir jetzt? Hier müssen wir, glaub ich, lang, ne? Schieb doch auf das Ding hin. Die Mucke. Die Mucke. Ja. Musik eskaliert erstmal direkt. Das ist ein Aussichtspunkt irgendwo. Ja, ich glaub auch. Assassin's Creed in Nepal. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Assassin's Creed in Nepal. Alter, Buddy Joe! Buddy Joe, was ist der mit dir? Kommt nichtssagend hier rein, weißt du? Hier, nimm! Nippe, Bruder. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Buddy Joe, für deine 20 gegifteten Subs. Ich danke dir vielmals, Buddy Joe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, einmal kurz hier. Strom aus. Ne, an. So rum. Der T-Rex. Ja, voll cool. Schön. Dankeschön Buddy Joe, ich danke dir vielmals. So, dann aber über den Leute wieder zurück, nicht? Gute. Guten Tag! Na, die Aussicht war aber ganz nice, wa? Jetzt mal ehrlich, Assassin's Creed in Nepal. ich würd's feiern ehrlich gesagt ich würd's feiern aber hart feiern wo hat denn revelations gespielt Türkei glaub ich oder ich glaub revelations war doch mal Türkei also in Istanbul halt schon cool naja mal guck mal guck Vorsicht mein Fuß ist er mit dir wie schön guck mal Kopfsprung Marco Schön Nice Ach was schön ist das hier wa schön ist das hier was sag ich dir komm kommst du jetzt mit ins Wasser rein oder was Komm schon Komm schon Na ja, dann halt nicht. Mein Gott ey, wat ne Spaßbremse. Wat ne Spaßbremse ey. Spaßbremse. Okay, wo müssen wir hin? Müssen wir aber schon wieder irgendwo runterspringen, oder? Wahrscheinlich hier. Nee, 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 nee. Das ist doch aber das Hotel, wo wir hin sollen, oder? Das wäre nicht richtig. Geht's nur noch nach oben? Ach doch, warte mal. Ich glaube, wir müssen sogar noch einen nach oben, oder? Nee. Hä? Mein Ding hier hoch? Hä? Chat, übersehe ich hier gerade irgendwas? Mit irgendeiner Form? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Muss hier durch. Oder bin ich blöd? Blind, blöd, keine Ahnung. Alles auf einmal? Hier endet das Spiel. Ach so! Ja, hat mir wie immer Spaß gemacht, ne? Ach, wow. Klar. Chloe, kommst du? Klappt das? Sehr gut. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Ach, die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, bingo. Da ist er. Go. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Ich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Statt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate. Wir müssen weiter. Was machst du denn jetzt so'n Stress? Ich finde, wir können uns Zeit lassen. Nicht? Na ja, gut. Springen! Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Äh, ich weiß wie. Guck mal. Verdammt, pass auf. So ein Mist. Du, ihr schafft nicht. Gib mir die Hand. Geh schon. Man, kupf zu. Weiß ich euch, was für eine gute Idee ist, wenn wir in Richtung des Helikopters rennen? Ich glaub nicht, oder? Tschüüüüüüü. Woah. Nicht so gut. Okay, wie kriegt man den Heli down? Okay, ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung dafür. Ich laufe auch mal weiter, ne? Ah ja. Au. Ja, ja. Mein Tug ist meckern, ne? Na klar. Wie vor der Wuppetshose wieder da. Hat er ganz seine eigene Leute getötet? Okay. Okay. Alter Gesicht. Ich hab' mit meiner Hand gepflegt. Nein. Kann halt nicht. Ah! Hey, hey, hey. Kollegah. Was tun die da? Das ist nicht gut. Warte mal, wo ist denn? Okay. Willst du mich verarschen? Nein! Scheiße! Boah! Wohin? In Fenster! Boah, Alter! Boah! 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 Da waren wir beinahe drin? Und? Unangenehme. Uhren. Getick Alter Schwede Also Action ist in dem Spiel Junge 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 Oh hier brennt das Das brennt hier Vorsicht Das ist Feuer Sonst hätte das Hotel grad Nebensaison was Haha Na los Feier it noise Oh warte hier gehts nicht weiter Hier gehts weiter Hat er die Tür aufstehen lassen Das ist aber nett Ehre Ups Wo das gewesen ist? It noise Ab bitte Klar Er hat einfach ein Er hat einfach ein Granatwerfer dabei Oh wie fühlt sich das an? Ähm die Trophäe ziemlich gut muss ich sagen Ich mag sie Die gefällt mir Und jede Trophäe die man verdient ist eine gute Trophäe Okay You know what I'm saying? Do you understand me? You know what I mean? You know what I mean? Get out of my way Okay 57 Schuss Nice Erstmal unterkorbeln Cool Ja Die Widerstandskämpfer haben sie gebaut Um über die Dächer zu kommen Na so ein Glück Korbeln 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 Litt Bro Okay 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 Der feine Herr mit seiner PS5 Die habe ich zu meiner Impfung dazu bekommen Von Sonny Sonny arbeitet nämlich auch mit der Regierung zusammen So warte mal Ich stelle mich mal ganz kurz hier in die Ecke Ganz kurz Nadel Dankeschön für deinen neuen Sub Herzlich willkommen Dankeschön für deinen Sub Herzlich willkommen Ähm Buddyjoe Dankeschön für deine 50 Euro 20 Subs 50 Euro Buddyjoe Was ist da los? Dankeschön Vielen, vielen Dank Buddyjoe Ich danke dir vielmals Ähm Hab momentan nur selten Zeit mal reinzuschauen Aber wenn dann muss man das mal ausnutzen Auf diesem Weg grüße ich mal den Tobi Und alle meine Nippelfreunde Ich weiß zwar nicht, die Level sind so riesig, ne? Ich weiß manchmal gar nicht Oh 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 Der Kerl lässt nicht locker Runter Okay Nee, ich hab doch das Ding hier mitgenommen jetzt Voll Aua, Aua, warte mal Okay, wir haben glaub ich ein Loch vorne in sein Ding reingeschossen, oder? Nee, haben wir nicht Ähm Da ist noch mehr Chat bitte Euer herz jetzt Nein 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 Aua Sag mal Sag mal Du musst mich verarschen, oder was? Was hält das dünne Ding aus? Ähm Tobias, das ist ein Kampfhubschrauber, ja? Äh Ich hab hier nichts mehr Hör doch mal auf, Junge Okay, vier Schuss haben wir noch Meine Fresse Du hast mir gar nichts zu sagen Puh Okay Ähm Hier The circle of life Okay Hey Chloe Was machst du denn da so? Ähm Okay, pass auf Ich möchte Beziehungsweise, ich möchte nicht Ich will hier weg Hier geht's nicht nur um dort Da geht's auch nicht nur um dort Bestimmt auch das Schild, wa? Gut, dass die was sehen können, weil gehört haben sie uns nicht Ja Tobi hast du nicht so einen Witz wollen Ne 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 Ja Das ist in der Tat ziemlich lustig So bin ich halt Ja Hey, das Kabel Es bringt uns runter Los, los Okay, okay Ja 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 Na Ja 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 Das war schon Ich bin ein Mann Ich suche einen anderen Weg runter Okay Ja Ja Flatsch einfach voll gegen die Wand voll gegen die Wand gesplettert Kein Problem. Äh, wahrscheinlich hier wieder nach oben, wa? Chloe, ich komme. Schwupps, schwupps. Heiß, 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 heiß. Nehmen wir schon mal die Knarre in die Hand, die werden wir wahrscheinlich gleich wieder brauchen. Sag ich doch. Toi's Eno. Pass auf, Toi's Eno. Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Oh! Was zum Teufel machst du denn hier? Wie nice! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Nix. Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Ja. Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, 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 wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind... Journalisten. Mit Knarre. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazariewicz uns einholt. Also... Oh man, Nate! Hey, 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 Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm... Sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du aus solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Wir halten uns nur auf und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazariewicz dich und mich zusammen sie... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Ach nö. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauft! War ja klar. Die zwei kommen mit. Warte mal. Ich bin doch nicht mehr in Deckung und ihr schießt schon. Das ist total unfair, man. Halt die Schnauze. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Den Ärger nicht. Tobi, schieß einfach alles daneben. Das ist sehr gut, was du hier machst. Okay. Ich bin im Training. Einfach weiter. Die Train-Ingel. Das ist ne gute, die Train-Ingel, ne? Train-Ingel könnte auch gleichzeitig die Zug-Ingel sein, ne? WHAT DO YOU NEED? Dann sind wir hier.